Freunde, was geht ab? Ich war vor zwei Tagen live, kam so ein Hurensohn, war frech. Habe ich den auf live fertig gemacht. Schreibt er mir, komm eins gegen eins. Habe ich den meine Adresse geschickt, meinte ich, komm, kam der mit fünf Mann. Mit fünf Mann, eins gegen eins. Natürlich bin ich nicht runtergegangen. Ich bin ja nicht blöd. Habe ich mir gedacht, scheiß auf die Hurensohne, feige Hurensohne. Ich wusste nicht, dass es so Fotzen hier in Hamburg gibt, aber gut. Fotzen gibt es überall. Danach war ich gestern im Studio. Die mit acht Mann haben die mir aufgelaut. Mit acht Mann haben die versucht, mich zu kriegen. Ich bin weggefahren. Was willst du gegen acht Mann alleine ausrichten? Guckt euch mal die Nachrichten an, die die mir geschickt haben danach. Wohin, du Fotze? Wohin? Wie gesagt, richtige Gangster mit acht Mann und so und verfolgen. Habe ich mir gedacht, okay. Fotzen, Moves, auf Link. Link könnte auch sein. Habe ich gerade wieder ein Foto gepostet. Von wegen, ich wäre in Düsseldorf. Aber habe extra Dominus-Pizza gemacht. Ich weiß ja, dass Fotzen dumm sind. Die haben sich gedacht, der ist nicht Dominus, der ist wieder da. Sind die wiedergekommen. Wieder mit acht Mann. Einer hat Auto hinter mein Auto geparkt, dass es nicht wegfährt. Und die anderen drei Fotzen waren draußen mit drei Autos. Also drei Autos. Und an jedem Auto waren zwei, drei Leute. Problem, diesmal habe ich eine Überraschung mitgebracht. Überraschung, Oster. Ich habe Oberwirk mitgebracht. Aaaaaaah! Auf einmal sah die Sache ganz anders aus. Auf einmal wollten die Menschen reden. Die anderen sind weggerannt. Hey, der hat ein Messer. Ah, der hat ein Messer. Ihr kleinen Fotzenkinder. Ihr seid Fotzen-Huren-Söhne. Ich bin eine Fotze der Huren-Söhne. Ich komme alleine, machst du das? Warum hast du das? Ich war doch alleine. Ihr seid mit acht Mann gekommen, die Huren-Söhne. Nein, lass uns reden. Lass uns reden. Reden. Komm, wir reden. Komm, wir reden. Anscheinend hat er keinen Kellerschlüssel dabei. Anscheinend wollte er auf einmal reden. Zeig doch, poste doch jetzt. Zeig doch mal, wie dein hübsches Gesicht aussieht, meine kleine Maus. Und alle anderen Huren-Söhne. Ihr seid auch noch dran. Das Ding ist, ihr müsst jetzt nach Oberbilk kommen. Eller-Straße. Ihr habt eure Mütter in eure eigene Stadt gefickt. Und jetzt seid ihr dran. Wir warten. Oberbilk, Eller-Straße. Wenn eure Mütter keine Huren sind, die Huren-Söhne. Aber eine Sache muss ich diesen Huren-Söhne in Schutz nehmen. Seine Freunde, die Mercedes, diese zwei Kanten, ihr Huren-Söhne. Ihr seid so Kanten, ihr seid wegge... Der hat ein Messer. Was seid ihr für Huren-Söhne? Ihr lasst den kleinen Huren-Söhne alleine. Ihr seid die Fotzen. Ihr seid die Fotzen des Graus. Ihr, das ist mein Bodyguard, an den ich Schussgeld zahle. 60 Euro, äh, 60 Kilo. Zeig mal einmal deine Eier. Ah, der hat ein Messer. Renn weg. Ah, der hat ein Messer. Ey, nicht mehr reden, ne? Nicht mehr reden. Und jetzt posten wir alle Huren-Söhne, die davor geredet haben. Ach, ja. Ah, der hat ein Messer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.